Kurz vor Feierabend, im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Tempolimit 100 in Holland. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich hab schon einen. Vorbild war übrigens Deutschland, sag mal. Hä? Hä? Na ja, bei uns im Internet funktioniert das Tempolimit doch schon immer. Ja, 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 ja. Der ist geil. Ja? Aber ich hab auch noch einen. Okay. BMW-Fahrer fragen sich jetzt natürlich 100? Dann muss ich ja, wenn ich aus dem Ort komme, runterbremsen. Ja, der ist aber auch schön. Ja? Aber ich glaube, jetzt hab ich ihn. Wird dann in Holland noch geblitzt? Frag mal, wieso? Wieso? Bei der Geschwindigkeit kannst du die Autofahrer doch auch malen. Hammer. Nee, nee, Mama. Hochschicken, Schluss mit, lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.